Wir sind zurück mit einer neuen Staffel. Hier ist die Rückblende. Heute haben wir uns einen Film ausgesucht. Ja, den kennt vielleicht nicht jeder. Was auf jeden Fall jeder kennt, ist Derrick, die erfolgreiche deutsche Krimiserie mit Horst Tappert. Da war Serienstart vor 50 Jahren. Es ist ein Jubiläum. Und Horst Tappert, ja, er hat mit Derrick nicht angefangen, Kriminalfilme zu machen. Er war in Film und Fernsehen auch schon bei vielen Krimis dabei. Und Perak, den Film, den wir heute besprechen, ja, den kann man schon als so ein Vorläufer für Derrick ansehen. Und wir werden dann später auch noch über die Entstehung von Derrick und die ersten Derrick-Folgen sprechen. Also es ist auch ein bisschen heute eine Doppelfolge, wenn man so will. Aber bevor es losgeht, will ich natürlich meinen Mitstreiter hier auch begrüßen. Das ist wie immer Marius. Hi. Hi Daniel. Ja, genau, du hast es schon angedeutet. Ich glaube, wir haben reichlich Stoff hier für unseren Staffelstart heute. Und bevor wir loslegen, vielleicht ganz kurzes Dankeschön auch für die Zuschriften, die uns aus der Hörerschaft erreicht haben in der Pause. Was uns jetzt auch nochmal motiviert hat, jetzt auch wieder weiter loszulegen mit neuen Folgen. Also ganz lieben Dank dafür. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch direkt. Worum geht's in unserem heutigen Film Perak? Da wird ein Transvestit namens Toni auf einer Müllhalde in Hamburg tot aufgefunden. Und der Kommissar Perak, das ist, wie schon gesagt, rausztappert, den führen die Ermittlungen ins Unterwärts- und Rotlichtmilieu, was allerdings ein Umfeld ist, in dem er sich als Beamter des Sittendezernats bestens auskennt. Und ja, so findet er auch schnell heraus, dass das Mordopfer Erpressungen im großen Stil betrieb, sodass es an Tatverdächtigen wahrlich nicht mangelt. Ja, und wir sprechen gleich über die Schauspieler, ihre Figuren, besondere Szenen, Musik, alles, was so dazugehört, so wie ihr das auch schon von uns gewohnt seid. Und am Anfang ein bisschen über das Genre. Also auch da bleiben wir uns treu. Was haben wir hier? Einen reißerischen Kriminalfilm von Alfred Forer. Der ist regelmäßigen Hörern schon ein Begriff unseren Hörern bestens bekannt, denn wir haben ihn schon besprochen bei unseren Folgen zum Gasthaus an der Themse und zum Mönch mit der Peitsche, also die beiden Episoden rund um die Edgar-Wallace-Reihe. Und mit Blick auf den Hauptdarsteller Horst Tappert ist eben Perak eine interessante Brücke, denn die letzten Beiträge von Alfred Forer zu Edgar-Wallace-Reihe. Das war 68 der Gorilla von Soho und 69 der Mann mit dem Glasauge. Die waren ja mit Horst Tappert in der Inspektorenrolle bereits. Also da spielte er die Hauptrolle und später kam dann natürlich die langjährige Paraderolle im Fernsehen. Also der Oberinspektor Derrick ab 1974 legendär lang gelaufen bis 98. Und auch hier war ja Alfred Forer mit dabei, übernahm die Regie bei immerhin 28 Folgen. Man kann auf jeden Fall schon mal sagen, das klingt schon verwandt. Also wir haben den Inspektor Perkins und dann haben wir den Kommissar Perak und natürlich den Oberinspektor Derrick. Genau, die Namen klingen schon mal sehr ähnlich und mir ist jetzt auch aufgefallen, als ich mir nochmal mit den drei Figuren so ein bisschen beschäftigt habe im Vorfeld, dass es ja auch da optisch sehr große Überschneidungen gab. Denn Tappert hat quasi in den späteren Rollen auch immer wieder auf die Kleidungsstücke gewissermaßen aus der Rolle des Inspektor Perkins zurückgegriffen, aber auf ähnliche Kleidungsstücke zumindest. Denn in Perak hat er ja so einen karierten Hut auf, kariert gemusterten Hut und so einen trägt er auch schon als Inspektor Perkins in der Gorilla von Soho. Und mir ist auch aufgefallen, jetzt in den frühen Derrick-Folgen, als ich da nochmal hier und da reingeschaut habe, da trägt er auch so einen dunkelgrauen Mantel und so einen hat er auch schon als Inspektor Perkins getragen. Also da hat er dann immer wieder auch optisch auf Vergangenes zurückgegriffen. Ja. Und der Film hier, der wurde beworben als pulvertrockener Sittenreißer anno 1970. Pulvertrocken, muss ich auch mal nachdenken, was kann man darunter verstehen? Vielleicht so ein bisschen, ja, unverblümt, ein entschonungsloser Blick, der hier offenbart wird. Und ja, Sittenreißer, da heißt es dann weiter im Anzeigentext, Perak öffnet die Akten des Sitten-Dezernats. Also Tappert ist ja hier Kommissar eben dieser Hamburger Sitte und bekommt dann den Mordfall, ja, übertragen, weil er sich eben im Milieu auskennt. Und die Werbung hat hier so ein bisschen einen Hauch von dokumentarischen Anleihen versucht zu erzeugen. Im Gegensatz zu früheren Arbeiten vom Kollegen Jürgen Roland zum Beispiel, kann man das jetzt hier nicht ganz so seriös behaupten, was den Film selber betrifft. Roland hatte da ja wirklich immer so semidokumentarische Elemente drin. Das haben wir hier vielleicht nicht ganz, aber man kann sagen, es gibt schon zumindest authentische Elemente. Also die Travestie-Stars, die hier mit von der Partie sind. Das waren tatsächlich welche im Hamburger Umfeld und auch durchaus internationale Größen. Und wir haben natürlich hier auch im Handlungsort ja so eine Verwandtschaft zu diesem Kiez- und Crime-Film, wie sie Jürgen Roland geprägt hatte, aber auch Rolf Olsen. Übrigens parallel war im Kino das Stundenhotel von St. Pauli. Also die Filme sind quasi gegeneinander gelaufen und haben ja eben denselben Handlungsort. Ja, was natürlich auch auffällt in diesen Jahren, das war natürlich eine Zeit, wo die Sexualmoral in Deutschland in absolutem Wandel begriffen war. Ist hier gleich zu Filmbeginn ja auch belegt mit so einem Herrn, der da bei der Sitte einbestellt ist, weil er pornografische Hefte mit sich führt und er dann sagt, ja, aber das kann ich doch in Dänemark überall kaufen. Also Pornografie war in Deutschland noch nicht freigegeben. Und was hatten wir im Kino dieser Zeiten? Da gab es zuerst mal diese Welle von Aufklärungsfilmen. Das ging schon ein bisschen früher los. 1968 mit diesen Oswald-Kolle-Filmen hatten wir vor einiger Zeit auch erwähnt, als wir über Franz Josef Gottlieb sprachen, dem Regisseur vom Schwarzen Abt, der auch diesen Film machte. Oswald-Kolle, das Wunder der Liebe, der unfassbar erfolgreich war. Also sechs Millionen Besucher in Deutschland. Und dann ging das ja weiter. Also da entstand dann so eine Sexfilmwelle. Viele Wissens, diese Reportfilme, was Eltern nicht für möglich halten. Ebenfalls 1970 dieser erste Teil Schulmädchen-Report. Sieben Millionen Besucher, also kann man sich heute kaum noch vorstellen. Sicherlich ein ganz eigenes Thema wert, wie dieses Genre so aufkommen konnte. Jedenfalls Alfred Forer hat jetzt diese Sexwelle nicht ganz so plump bedient. Aber auch in seiner Filmografie gibt es dann einfach einen spürbaren Einfluss, wie bei fast allen kommerziellen Filmen dieser Zeit. Er hatte nämlich auch 1970 zur Veröffentlichung gebracht, das Gelbe Haus am Pinnersberg. Das ist so eine erotische Komödie über ein Hamburger Männerbordell, was aber so parodistische Züge hat, sich dadurch vielleicht noch mal ein bisschen absetzt zu dem, zu diesen ganzen Reportfilmen. Und Perak ist eben dann auch so ein Vertreter eines Sex-and-Crime-Films, der kombiniert natürlich so diese Blicke durchs Schlüsselloch dann mit einer Kriminalgeschichte. Und insofern, Blick durchs Schlüsselloch wird da auch oft als Exploitation-Film gezählt, weil da ja immer dieser Vorwurf dann mitschwingt, naja, die Milieuszenen, die werden so genüsslich inszeniert. Und es gibt so eine Konzentration auf Schauwerte. Das ist so ein Bedienen einer Sensationslust. Das steckt hier auf jeden Fall auch mit drin. Aber wie wir noch sehen werden, hat der Film auch noch einiges mehr zu bieten. Das in jedem Fall. Und ja, ist ja hier und da schon angeklungen, aber kann man vielleicht nochmal zusammenfassend sagen, das ist eben insgesamt auch so eine ganz interessante Subgenre-Mixtur, die wir hier zu sehen bekommen. Aus so einerseits St. Pauli-Krimi, du hast es gesagt, vom Schlager Olsen-Roland, dann aber auch natürlich spät-Wallace aufgrund der Tatsache, dass eben Forer hinter der Kamera steht und Horst tappert vor der Kamera, eben wie beim Gorilla oder beim Glasauge, bei Edgar Wallace. Dann auch schon so ein bisschen Anflüge, auch wie gesagt, da kommen wir auch nochmal zu, von Derek, eben auch wieder dadurch, dass wir hier Forer und tappert mit von der Partie haben. Und da gibt es ja vor allem so eine Episode, da kommen wir auch wahrscheinlich noch später drauf zu sprechen, denke ich, von Derek aus den frühen Folgen, die mit dem Titel Tote Vögel singen nicht. Wobei wirklich, wenn man sich das anschaut und Perak davor gesehen hat, irgendwie glaubt, das ist irgendwie so eine Art verkapptes, entweder Remake oder so eine unveröffentlichte Fortsetzung, die man jetzt nochmal gemacht hat. Also wirklich ganz, ganz erstaunlich. Und ja, insofern viele interessante Aspekte, die wir jetzt noch näher beleuchten können. Ja, und wir wissen ja, Alfred Forer, der war mehr oder weniger Hausregisseur von Rialto-Film, also der Produktionsfirma, die zumindest maßgeblich diese Edgar Wallace-Filmreihe produziert hatte. Und der wechselte nun nach seinem letzten Film Der Mann mit dem Glasauge dann fest zur Roxy-Film. Und dahinter steht ein anderer sehr erfolgreicher Kinoproduzent der Nachkriegszeit, nämlich Ludwig Luggi-Waldleitner. Ja, als die Einspielergebnisse der Wallace-Filme zurückgingen, das vielleicht nochmal so zur kontextuellen Einordnung, versuchte ja der Rialto-Produzent Forst Wendland, die Herstellungskosten durch Koproduktion mit Italien zu senken. Also seit der Bucklige von Soho, Edgar Wallace-Film von 1966, hatte kein Wallace mehr über zwei Millionen Besucher. Der letzte Wallace von Alfred Forer, eben der Mann mit dem Glasauge, der wurde abgedreht so Ende 1968. 1,6 Millionen, also noch ein ganz ordentliches Geschäft. Aber man merkte so, die große Zeit war auf jeden Fall vorbei und vielleicht ja eine Situation, wo sich Alfred Forer umgeschaut hat. Was sind seine nächsten Projekte mal außerhalb von Edgar Wallace? Und bald Leitner war eben wie Wendland einer der erfolgreichsten Filmproduzenten im Nachkriegsdeutschland. Der hatte zunächst, wie so viele mit Heimatfilmen erfolgen, mit Lustspielen, waren aber auch mal so Skandalfilme wie das Mädchen Rosemarie dabei von 1958. Und dann kam eben noch ins Spiel der Autor des vorliegenden Films, Manfred Purza. Hier hat er geschrieben unter dem Pseudonym Ernst Flügel. Der entwickelte ab Ende der 60er Jahre zahlreiche Stoffe für Waldleitner. Und dieses Gespann Purza, Forer, Waldleitner, die standen ja dann auch noch für einen ganz großen Erfolg in den 70er Jahren, nämlich die Bestseller-Verfilmung nach Johannes Mario Simmel. Das wäre auch sicherlich mal so ein eigenes Thema wert, diese Filme, die da noch entstanden sind. Des Weiteren dann das Trio verantwortlich für sieben Tage Frist von 1969 ebenfalls mit Horst Tappert als Ermittler und auch bereits genannt eben das Gelbe Haus am Pinnersberg. Ja, hier mit Perak ging es dann so in die Vollen. Im Januar 1970 wurde das Projekt erst mal unter dem Titel Die Graue Nonne in der Branchenpresse vorgestellt. Vielen Dank da an den Jacko für die entsprechende Recherche in seinem Filmecho-Archiv. Und zu den angekündigten Darstellern zu diesem Zeitpunkt gehörte noch Herbert Fleischmann. Den kennen wir aus so einem Film wie Zinksärge für die Goldjungen zum Beispiel. Das ist auch so ein Pauli-Kiez-at-Crime-Film. Hier hat er dann letztlich doch nicht mitgewirkt, als es dann losging mit den Dreharbeiten. Das war vom 9. Februar bis zum 19. März 1970 in Hamburg und Umgebung. Ganz interessant. Gedreht wurde ja also im Winter 1970 und das war ein ganz besonderer Winter, nämlich der sogenannte Jahrhundertwinter. Es war unfassbar kalt und es gab viel Schneefall. Also man kann so nachlesen am 10. Januar zum Beispiel, kurz vor Start der Dreharbeiten. Da wurde zum ersten und bislang auch einzigen Mal ein kompletter Spieltag der Fußball-Bundesliga abgesagt. Die Rückrunde war generell ein absolutes Chaos. Es kam immer wieder zu Absagen. Zwischenzeitlich gab es Überlegungen, die Saison abzubrechen, da man wegen der Weltmeisterschaft in Mexiko auch nicht groß verlängern konnte. Und da mussten die Spielflächen eben oft mit Baggern und Aktoren freigeräumt werden. Und was ja jetzt mit Blick auf den Film interessant ist, das wurde unter anderem im Volksparkstadion gedreht. Das ist das Stadion, was man hier sieht. Es ist nach heutigen Maßstäben kaum zu erkennen, weil es natürlich so umgebaut ist, dass heutzutage das Stadion natürlich ganz ein anderes ist. Aber es ist eben auch damals hier die Heimstätte vom HSV Tor gewesen, wo man gedreht hat. Andere Drehorte, das ist ja gleich zu Beginn sehr gut erkennbar. Die Landungsbrücken, also St. Pauli Hafengebiet und ganz authentisch das Polizeipräsidium, in das Horst Happert reinläuft. Das war damals zu dem Zeitpunkt also das tatsächliche Polizeipräsidium am Berliner Tor. Die Atelieraufnahmen, die fanden im Studio Bendestorf statt. Das ist ja auch ein ganz interessantes Studio. Man hat auch gesagt Heide Hollywood. Ja, warum? Studios liegen oft so im Randbezirk einer Stadt, aber das ist doch noch ein ganzes Stück weiter draußen. Es ist nämlich tatsächlich in der Heide, also ich denke so eine Autostunde von Hamburg entfernt vielleicht. Und Filmstudios, die in einer absolut dörflichen Gegend errichtet worden sind. Also das war ja in der Nachkriegszeit dann manchmal ein bisschen abenteuerlich, wie auch so die ersten neuen Filmstudios entstanden sind. Das Studio Bendestorf wurde 1947 gegründet von Rolf Mayer, der damals noch firmierte unter Junge Filmunion. Da sind Filme entstanden wie Die Sünderin, Mit der Knef, aber auch zum Beispiel Die Bande des Schreckens, womit wir wieder bei einem Edgar-Wallace-Film sind und dann eben verschiedene Roxy-Filme dieser Jahre. Es wurde zwischenzeitlich sogar für internationale Co-Produktionen genutzt. Also Heide Hollywood kann man dann tatsächlich sagen. Später verfiel die Bedeutung so nach und nach, gab dann kleinere Produktionen und schließlich, ja kann man auch sagen, verfiel das ganze Gelände bis hin zu einem Lost Place. Also ich habe das vor einigen Jahren mal besucht, als alle Hallen dieses Geländes noch standen und du kannst dir das nicht vorstellen. Wenn man es nicht selber gesehen hat, schwer zu beschreiben, also ein Lost Place im wahrsten Sinne des Wortes. Ich bin da reingelaufen, sogar Aktenordner auf den Tischen. Es sah aus, als hat man von einer Sekunde auf die andere aufgrund irgendeiner Seuche das Gelände verlassen. Also unfassbar. Alles in sehr schlechtem Zustand. Du läufst durch und siehst, irgendwo liegen Filmrollen, irgendwo liegt Korrespondenz mit dem ZDF noch rum. Eingeschlagene Fenster. In der Kantine standen noch die Teller auf den Tischen und alles verstaubt. Und so als wäre seit Jahren keiner mehr da gewesen. Man hat jetzt mittlerweile einen Großteil des Geländes abgerissen und neu bebaut. Aber das Produzentenkino auf dem Gelände, das ist erhalten. Und da ist mittlerweile auch ein kleines Filmmuseum, was durch einen Verein betrieben wird. Da war ich jetzt vor kurzem nochmal. Kann man sich also ganz nett anschauen, was da erhalten wurde. Produktionstechnik, Plakate, teilweise alte Drehbücher. Also wenn man mal in der Gegend ist, vorbeischauen. Damit vielleicht der kleine Blick abgeschlossen. Wo hat man gedreht? Innen und außen. Wie ging es dann weiter? Also die Theaterbesitzer, die meldeten ein mittelmäßiges bis gutes Geschäft. Genauere Zahlen haben wir leider nicht. Und ich habe hier mal eine Kritik rausgesucht. Das ist in dem Fall von der Honeffer Volkszeitung vom 28.08.1970. Da heißt es, eindeutig zweideutige Lokale sind die Schauplätze einer raffiniert geplanten Folge von Verbrechen. Dokumentarisches Material, da wissen wir, das stimmt nicht so ganz. Und filmisch überhöhte Satire verschränken sich zu einem schonungslosen Spiegelbild der Gegenwart. Ja, auch schön markiges Fazit mit diesem schonungslosen Spiegelbild der Gegenwart. Könnte eigentlich auch genauso aus einem Trailer irgendwie entnommen sein von so einem Kommentator aus dem Off. Sehr schön. Ja, kommen wir mal vielleicht dann zu den Personen vor und hinter der Kamera. Alfred Forer haben wir jetzt eingangs schon kurz gesprochen. Den haben wir auch immer schon mal thematisiert. Kann man vielleicht nochmal sagen, gerade bei Edgar Wallace aufgegeben und vor den Simbel-Verfilmungen der 70er Jahre irgendwo so dazwischen befinden wir uns hier in seiner Filmografie. Also so eine Art Übergangsphase, bevor es dann ja auch später zum Fernsehen unter anderem zu Derek ging. Ja, zu Horst Tappert haben wir noch nicht so viel erzählt und da gibt es ja auch einiges zu erzählen. Vielleicht startest du direkt mal. Ja, wir haben ja eingangs schon gesagt, er hatte Erfahrungen im Krimi-Genre und wir haben ja hier schon verschiedene Filmreihen gestriffen mit unseren unterschiedlichen Besprechungen und er war fast überall mal dabei. Also 1962, er kann es nicht lassen, das war ja Pater Brown. Dann haben wir 1966 die Rechnung eiskalt serviert, dieser wunderbare Titel eines Jerry-Cotten-Films, wo er dabei war. Sein erster Edgar Wallace war 68, der Hund von Blackwood Castle und dann folgten eben der Gorilla von Soho und der Mann mit dem Glasauge, haben wir eben erwähnt, weil er da dann den Ermittler gibt. Er hat die Seiten getauscht. Im Hund von Blackwood Castle war er noch, ja, eine nicht so vertrauenswürdige Person. 1969, sieben Tage Frist, haben wir eben auch schon erwähnt. Dann kam Perak und ja, es waren schwierige Zeiten. Also der Teufel kam aus Akazawa als so eine nochmal probierte Edgar Wallace-Verfilmung, die bei Fans zu Recht jetzt nicht so ganz hoch im Kurs steht. Aber bei Simmel war er dann wiederum auch dabei, was eben auch sehr erfolgreich war. 1971 und Jimmy ging zum Regenbogen und dann gab es auch nochmal einen, ja, muss man sagen, auch sehr schlechten, aber einen Brian-Edgar-Wallace-Film, Der Todesrächer von Soho, 72. Aber unterdessen war er auch im Fernsehen ja unfassbar erfolgreich und da war er beim Halstuch mit dabei, also der Straßenfeger schlechthin. Diese Durbridge-Verfilmung und ein Film, den er sehr geprägt hat und auch eine Rolle, die er da verkörpert, die ja regelrecht an ihm klebte. Er galt nämlich dann fortan als so, ja, Gentleman-Verbrecher. Das war die Gentleman-Bitten zur Kasse von 1966. Das hatte er dann immer mal wieder in Interviews auch, ja, so ein bisschen moniert, dass er jetzt von dieser Rolle dann nicht mehr so wegkäme. Vielleicht lag es mitunter daran, dass er auch nochmal eine Fortsetzung gemacht hat, die nicht ganz so gelungen war. 72, Hoopers letzte Jagd. Naja, und dann natürlich nochmal eine ganz eigene Erfolgsgeschichte ab 74 dann eben Derrick und da werden wir auch später nach unserer Perak-Besprechung dann nochmal ansetzen und nochmal ein bisschen Derrick beleuchten, weil es eben so gut zu Perak passt, aber natürlich auch wegen dem großen Jubiläum. Jetzt wollen wir erstmal über Perak sprechen und können wir ja mal gucken, auch gerade im Vergleich zu Derrick, dieser Perak vom Sittendezernat, was ist das denn eigentlich für eine Type? Ja, eine ganz spezielle, kann man sagen, also auf jeden Fall sehr selbstbewusst, ein selbstbewusster Ermittler, der absolut, das merkt man ja auch im Film auch austeilen kann, was man vielleicht, wenn man jetzt so den späten Derrick Horstappert so vor Augen hat, einen dann vielleicht auch überrascht, wenn man ihn Horstappert hier so sieht. Derjenige, der vielleicht jetzt auch mit dem Edgar Wallace-Film sozialisiert ist und dann eben auch seine Perkins-Interpretation kennt, der ist da vielleicht jetzt weniger überrascht von, ja, er ist auch um einen saloppen Spruch, gerade jetzt auch bei den Leuten aus dem Unterwälz- und Rotlichtmilieu nicht verlegen. Die packt er da jetzt auch kommunikativ nicht unbedingt mit Samthandschuhen an. Er hat auf jeden Fall einen Sohn. Was mir aufgefallen ist, es ist unklar, was mit der Mutter des Sohnes ist. Die wohnen zusammen, aber man weiß nicht, sind die irgendwie getrennt oder ist die Mutter verstorben? Da wird irgendwie gar kein Wort verloren zu dieser Situation. Ja, und diese Vater-Sohn-Beziehung, die ist halt auch so ein bisschen dazu da, um so humoristische Auflockerungen zu betreiben, die man ja damals noch auch wegen Edgar Wallace sehr mit dem Krimi-Genre, glaube ich, in Deutschland auch verbunden hat. So ein bisschen Humor muss dann auch sein. Das ist im Ansatzpunkt jetzt auch nicht unsympathisch, finde ich. Und man merkt auch hier und da, das ist ja auch bei den frühen Derek-Folgen ab und an mal so durchgeschimmert, dass Tappert das ja auch mal ganz gerne macht, so ein bisschen humoristisch und das auch eigentlich ganz gut kann. Also das sieht man hier auch durchaus. Dann ist es ja auch so ein wenig sinnbildlich für den gesellschaftlichen Umbruch. Der Sohn, der bringt einfach so eine unbekannte junge Dame so zur Übernachtung mit, dass das wäre ein paar Jahre vorher komplett undenkbar gewesen. Jetzt ist Horst Tappert, glaube ich, da immer noch so ein bisschen ungläubig, aber er nimmt es dann im Endeffekt dann so hin. Und also das ist so ein bisschen, welche Funktion das auch erfüllt, diese Vater-Sohn-Geschichte. Ja, und jetzt mal vielleicht zum Humor. Muss ich jetzt sagen, habe ich ja gerade auch schon ansatzweise, es ist im Ansatz sympathisch, aber es zündet jetzt auch längst nicht jeder Gag. Also da gibt es ja auch zum Schluss dann ja nochmal so ein Schluss-Gag, wo dann der Sohn auch immer so eine Verlobte mitbringt. Ja, das ist dann so ein bisschen, ja, wahrscheinlich so die Versöhnung mit dem konservativen Publikum oder ich weiß es nicht. Also jedenfalls so richtig, ja, laut gelacht habe ich jetzt nicht, sage ich jetzt mal so, als ich da vom Fernseher saß. Also es geht jetzt nicht alles so hundertprozentig auf. Aber wie gesagt, im Ansatz durchaus nicht unsympathisch. Ja, und interessant ist ja dann auch, wenn man mal so guckt, wie haben die das selber gesehen? Also wie sollte diese Rolle wohl angelegt sein? Und da hilft ein Blick in das zeitgenössische Presseheft. Da hat man gesagt, Perak ist ein typischer Vertreter seiner Generation, der von vielen Dingen der heutigen Zeit frustriert ist. In seinem Beruf findet er nicht die orfte Erfüllung. Den täglichen Ballast hat er satt bis oben hin. Seinem 18-jährigen Sohn gegenüber ist er hilflos. Andererseits setzt er sich notfalls über dienstliche Befugnisse souverän hinweg. Also fand ich ganz interessant, weil ich finde, es wirkt ein bisschen anders. Also das klingt ja jetzt gar nicht so modern. Ich finde, dieser Perak, den wir im Film sehen, der ist doch eigentlich für diese Zeit ganz modern unterwegs. Also es gibt zwar so ein bisschen diesen Generationenkonflikt mit dem Sohn, aber der wird ja eigentlich sehr humoristisch, wie du auch schon sagst, miteinander verhandelt. Es gibt am Anfang diesen Dialog, wo der alte Perak quasi zum Jungen sagt, ich höre immer nur Scheiße. Was willst du mal machen, wenn du wirklich in der Scheiße sitzt? Also er ermahnt den Sohn mal, der natürlich auch so eine bemalte Ente fährt. Dadurch wird das auch nochmal so deutlich gemacht, wie unterschiedlich die Lebensentwürfe da gerade so sind. Er ist Student, aufmüpfig gegenüber. Obrigkeiten sind sie letztlich beide, aber sie akzeptieren und tolerieren sich ja sehr stark. Also der Sohn kümmert sich ja da auch um den Geburtstag, der dann zwischenzeitlich da mal in die Ermittlungen fällt von dem Perak. Also die sitze ich eigentlich sehr grün miteinander und ich finde den Perak eben auch schon recht modern. Er stellt sich ja letztlich auch auf die Seite des Sohns und eher gegen die sehr reaktionären Bonzen, die wir dann kennenlernen. Also es gibt ja dann eben auch vor der Titelsequenz schon diesen Konflikt mit diesem Bonzen auf dem Parkplatz, wo Perak dann eben auch seinem Sohn sagt, komm, tritt in den Arsch, ich erlaub's dir, Joschi. Also man merkt auch, wenn er da im Büro unterwegs ist und irgendwelche vorgeladenen Leute seiner in Anführungszeichen Kundschaft da sind, da spricht er irgendwie ja schon so ein bisschen auch auf Augenhöhe, hat er auch ein gewisses Wissen. Also die Kollegen sind durchaus drauf angewiesen. So im Vorbeigehen wird dann irgendwie noch schnell so geklärt, das ist eine falsche Anschuldigung. Toilettensuse kenne ich schon und so und die Kollegen verzweifeln aber ohne ihn darüber. Ja und er hat natürlich auch gar keine Probleme intern anzuecken. Sieht man dann zum Beispiel, als er dem Doktor da so ein bisschen den Leviten liest, der irgendwie nicht schaltet, dass es sich da um keine Dame im klassischen Sinne handelt, die auf dem Schrottplatz liegt, wo er dann sagt, wo haben sie eigentlich studiert, Doktor? Ja, also laut Presseheft, um darauf nochmal zurückzukommen, Figur, die keiner Romanvorlage, sondern dem tatsächlichen Alltagsleben eines leitenden Beamten des Sitten-Dezernats entspricht, Klammer auf, angeblich, Klammer zu. So viel vielleicht zu Horst Tappert und Perak, der natürlich hier in dem Film ganz breiten Raum einnimmt, wo wir vielleicht dann jetzt im Nachgang so einen kurzen Überblick darüber geben, wer an Darstellern noch so mit von der Partie war und welche Figuren sie hier verkörpern. Da haben wir jetzt sicherlich einige, die so ein bisschen gleichberechtigt sind. Da hat man jetzt glaube ich keine Figur, die da so ganz klar heraussticht. Aber vielleicht fangen wir mal an mit dem Hubert Suschka, der hier den Gangsterboss Kaminski spielt. Hubert Suschka kennt man weniger aus dem Kino, sondern eher aus dem Theater und TV. Wir hatten ja eben das Thema Durbridge, das Halstuch und Suschka wiederum hat in dem ebenfalls sehr erfolgreichen Klassiker Melissa mitgewirkt 1966. Und Fernsehkrimifans werden es sicherlich wissen, er war ja auch an der Ermittler in der durchaus langlebigen Serie Sonnensternat K1. Und da auch an der Seite von Gerd Günther Hoffmann zu sehen. Und ja, seine Figur, wie gesagt, knallharter Gangsterboss, offiziell Schrotthändler, aber ja, hat er noch so das eine oder andere, was er so tagsüber so treibt. Und ja, ist auch nicht gerade zimperlich so im Umgang mit den Untergebenen. Muss ich schmunzeln. Mein Chef trägt nämlich den selben Nachnamen. Aber ja, so Aktionen wie, dass irgendwie der Druckluftstampfer da als Drohmittel eingesetzt wird, das gab es bei mir im Büro zum Glück noch nicht. Ja, Gott sei Dank. Ja, dann wenn wir jetzt zu den weiteren Darstellern schauen, dann kommen wir relativ schnell auch zu Erika Plouard, die ja auch hier keine unwichtige Rolle einnimmt. Was ich jetzt an ihr persönlich sehr interessant finde, dass sie ja auch auf ganz vielen Bereichen unterwegs ist und war. Sie ist ja auch als Sängerin unterwegs gewesen, als Schriftstellerin. Sie ist ja auch, glaube ich, politisch relativ aktiv, also sehr interessante Persönlichkeit. Und was jetzt durch unsere Rückblendebrille noch vielleicht von besonderem Interesse ist, sie hat auch ein Buch geschrieben über Marisa Mell, über die wir ja mal sehr ausführlich gesprochen haben in unserer Folge zur Gefahr Diabolic. Nämlich ein Buch mit dem Titel Marisa Rückblenden, witzigerweise auch Rückblenden, sind es dann im Plural auf eine Freundschaft. Und ja, Hintergrund ist einfach, dass die beiden Weggefährten waren, auch schon gemeinsam im Max-Reinhardt-Seminar in Wien waren. Und ja, auf diese Freundschaft wirkt da eben sehr persönlich zurück. Geblickt im Krimi war Erika Plouard ja gar nicht so häufig unterwegs. Da gab es sicherlich Kolleginnen, die da wesentlich regelmäßiger in derartigen Produktion vor der Kamera standen. Aber einige wenige gab es doch, die wir vielleicht hier nennen können an der Stelle. Einmal war sie in der frühen Kommissar-Folge Keiner hörte den Schuss zu sehen. Und in der ebenfalls sehr frühen Tatort-Folge Der Richter in Weiß. Das merkt man daran schon, dass es eben noch nicht so ein klassisches Serienprodukt war. Nämlich dadurch, dass der Film fast zwei Stunden geht. Das wäre heute bei dem Tatort mehr. Da ist man ganz klar gebucht, 90 Minuten, keine Minute länger. Aber in frühen Phasen hat man sich sowas nochmal rausgenommen, weil die Geschichte es hergab. Und ja, wie ich finde, eine sehr sehenswerte Trimmel-Episode. Trimmel-Walter Richter, den haben wir ja hier bei Perak auch mit von der Partie. Ja, durchaus harter Tobak, aber Erika Plouard spielt da auch eine ganz zentrale Rolle und auch sehr, sehr stark. Ansonsten eben Mitwirkung unter anderem in so Schnitzler-Adaptionen, Traumnovelle, Reigen und Co. Ja, und du hast ja schon gesagt, sie ist sehr umtriebig, auch immer noch. Und insofern konnten wir sie auch kurz zu Perak befragen. Angesichts ihrer vielen Projekte, auch seit 1970 kann sie total verständlicherweise natürlich sich jetzt auch nicht mehr an so viele Details der Dreharbeiten erinnern. Hat aber nochmal gesagt, dass sie also Alfred Forer als sehr liebenswürdigen Regisseur in Erinnerung hat, dass sie sich gefreut hat, ob dieses Ausflugs in das Krimi-Genre eben. Und dass sie eine große Liebe für die Stadt Hamburg hat. Sie war dann später, hast ja gesagt, sie hat auch viel geschrieben. Und ihr Verlag war eben Hoffmann und Kampe hier in Hamburg. Über viele Jahre war sie immer mal wieder da. Und trotzdem ist ja hier ein sehr dreckiges Hamburg. In diesem Film hat sie es vielleicht bei Perak dann irgendwo am Rande der Dreharbeiten lieben gelernt. Ja, sehr schön. Und ja, zu ihrer Figur, Claire Imhoff. Sie ist die Ehefrau des reichen Industriellen Imhoff. Und ja, was ich so ganz interessant finde, also ist so einer dieser ja auch eher sehr unsympathischen Bonzen wieder, die so in dem Film, durch diese Filmwelt hier laufen im fiktiven Hamburg. Und was ganz interessant ist ja auch, dass sie ihrem Ehemann ja auch dann im Verlauf des Films einmal, ja, gegenüber Perak so doch relativ deftig in den Rücken fällt. Also sieht man auch, da sind die ehelichen Bande auch, ja, es ist nicht mehr allzu weit hin mit den ehelichen Banden so. Und ja, man merkt ja auch, kommen wir vielleicht nochmal später zu, sie hat ja auch dann durchaus so das ein oder andere Geheimnis, was sie so mit durch ihr Leben trägt. Ja, und grundsätzlich so der Figurentyp ist einer, den man dann auch später in den Dereks gerne mal sieht. Also so reiche Verhältnisse, dementsprechend Hauptberuf Ehefrau, aber für den Gatten so nichts mehr übrig, ne? Ja, 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 absolut. Ich glaube auch wieder in der schon angesprochenen Folge Tote Vögel singen nicht. Da gibt es, glaube ich, auch wieder so eine Konstruktion, aber natürlich auch in diversen anderen Folgen. Da hast du völlig recht. Ja, kommen wir zu einer weiteren sehr profilierten Darstellerin hier in diesem Film, über die wir auch, glaube ich, noch nicht besprochen haben, nämlich Judy Winter. Und da kann man, glaube ich, sagen, sie ist aus den Krimi der 70er-Jahre wirklich nicht wegzudenken. Also ist wirklich ja, nahezu beispiellos, möchte ich fast sagen. Also im Kino war sie zum Beispiel in zwei Simmel-Verfilmungen mit dabei. Einmal schon Gedanken und Jimmy ging zum Regenbogen. Da war sie interessanterweise dann auch nochmal in einer TV-Neuaktion zu sehen, 2008. Also ist da den Beitrag dann auch treu geblieben. Und dann auch noch im gleichen Jahr in Liebe ist nur ein Wort. Und ja, im Fernsehen war es dann nochmal deutlicher. Da war sie im Kommissar, in drei Derek-Folgen, ihrem berühmt-berüchtigten Tatort-Reife-Zeugnis mit Nastassia Kinstein natürlich in der Alte, im Sonderdezernat mit Hubert Suschka eben schon erwähnt, in drei Folgen zu sehen. Später auch in einem Fall für zwei. Und jetzt wieder Brückes und Edgar Wallace-Film. Da war doch was. Ja, sie hat dann auch nochmal in der Fortsetzung der Wallace-Parodie der Wichser, nämlich Neuss vom Wichser, mitgespielt und ja auch da einen sehr denkwürdigen Part gehabt. Als Schwester Lucifer und ja, ist auch bis heute bestens im Geschäft. Trotz nicht mehr ganz, ganz jungen Alters ist sie zum Beispiel in der seit 2016 beliebten TV-Reihe Familie Buntschuh von und mit Andrea Sawatzky zu sehen. Ja, soviel zu Judy Winter und jetzt zu ihrer Figur. Das ist ja die Emma Kastelbauer oder auch Trompeten-Emma, wie sie denn im Milieu gut und gerne genannt wird. Sie ist eine, ja, wie man relativ schnell merkt, ganz offensichtlich milieubekannte ehemalige Prostituierte und hat aber inzwischen die Seiten gewechselt und leitet eben einen Bordellbetrieb so unter dem Deckmantel eines Nonnenvereins. Ja, also wirklich wie auch ganz witzig und Judy Winter bleibt natürlich einerseits wegen diesem fantastischen Rollennamen im Gedächtnis. Trompeten-Emma ist ja ganz fantastisch, aber auch unglaublich toll geschauspielert. Das muss man ja mal sagen. Also im Prinzip immer wieder andere Emotionen, die sie aufbringt. In der einen Minute wirkt sie völlig verängstigt, weil sie da von dem Kaminski bedroht wird. Dann hat sie plötzlich wieder Oberwasser und ist ganz überheblich, nachdem sie dann Schutz erfährt von einer anderen Figur, die wir gleich erwähnen werden. Dann ist sie mal amüsiert, dann ist sie wieder ganz verunsichert. Also ich finde, sie fällt hier sehr, sehr positiv auf auch. Ja, ganz allgemein sehe ich sie echt gerade in dieser Phase ihrer Karriere, so in den 70er Jahren im Krimi immer unheimlich gerne, weil sie da den Figuren oft dann nochmal richtig Charisma und Vielschichtigkeit verleiht. Und ja, ein Darsteller, den man auch gut und gerne im Krimi gesehen hat, war Wolf Roth, auch wirklich extrem aktiv. Sowohl in Ringelmann Krimis als auch vielleicht vielen auch noch im Gedächtnis als Assistent von Klaus Schwarzkopf im besagten Tatort, wo er unter anderem dann die Episode Reifezeugnis ja auch dann darunter war. Aber was ich auch ganz interessant fand, ich habe ihn mal zufällig auch in der US-Serie Quincy gesehen. Das sind ja dann so Momente, wo man so denkt, so guckt man an so einen US-Krimi und erwartet ja dann keinen deutschen Darsteller und denkt so, heute kennst du doch irgendwo her. Also auch ganz interessant. Und ja, er spielt ja hier die Figur des Nick. Das ist der Bruder des Mordfass Toni und er ist so einer der Handlanger von Kaminski. Ja, man könnte so sagen, unter den Durchtriebenen vielleicht noch derjenige mit etwas Restgewissen. Das wird so an der einen oder anderen Stelle. Genau, er will ja auch dann durchaus herausfinden, wer jetzt hinter dem Mord an seinem Bruder steckt und hat ja irgendwie noch nachvollziehbare Motive bei allem. Ganz genau. Einer, der auch eine durchaus zentrale Rolle im Endeffekt spielt, ist hier Jochen Busse. Er spielt hier den Dr. Remboldt. Und ja, Jochen Busse muss ich persönlich sagen, verbinde ich immer zuerst mit Das Amt, weil ich das so als Kindheit und Jugend irgendwie auf RTL so ganz gerne gesehen habe. War so eine meiner ersten Comedy-Serien, die ich so geschaut habe. Aber natürlich auch im Krimi in 11.20 Uhr war ja zum Beispiel den berühmten Mehrteiler zu sehen. Naja, und dann in den diversen Tantenfilmen in den 70er Jahren auch durchaus mal auf der Besetzungsliste. Ja, und die Figur Dr. Remboldt ist ja hier eines der Erpressungsopfer eben von dem getöteten Toni und er hat eben eine Affäre mit Frau Imhoff, also der Erika-Plua-Figur. Das ist so eines ihrer Geheimnisse, was wir eben anspielten. Ja. Ja, bei Jochen Busse geht es mehr wie dir. Ich kenne ihn auch seit dem Amt und Sieben Tage, Sieben Köpfe und muss da auch immer ein bisschen schmunzeln, wenn man ihn dann in diesen Genre-Filmen sieht. Jungen Tiger von Hongkong spielt da glaube ich auch mit. Das aus heutiger Sicht irgendwie, wo er gar nicht mehr in Krimis stattfindet, so viel nicht weiß. Irgendwie ganz amüsant und gerade hier dieser Dr. Remboldt, das ist ja auch eine einmalige Type, wie er da durch den Film läuft. Irgendwie so ein bisschen affektiert und besonderer Look auch durch diese Brille, die er die ganze Zeit trägt. Und Alfred Forer widmet ihm dann auch nochmal so einen ganz typischen Alfred Forer-Shot, der wirklich großartig ist. Da gibt es nämlich so einen Fischei-Shot durch den Türspion, wo er dann da vorne steht und dann irgendwie sich so nach vorne beugt und durch diese Fischei-Einstellungen da so gelupscht. Und das ist ganz fantastisch, also hervorragend. Ja, wirklich ein sehr schöner Moment. Ja, Walter Richter haben wir eben schon gesprochen, der Kommissar Trimmel natürlich aus dem Tatort folgen, hat jetzt hier eine kleine Rolle. Er findet, glaube ich, die Leiche des Toni, aber das wir ihn noch kurz erwähnt haben. Und dann haben wir natürlich noch den Werner Peters, den wir jetzt schon bei Dr. Mabuse hatten oder jetzt auch zuletzt beim Schwarzen Abt, natürlich ein ganz profilierter Darsteller im Krimi-Fach, auch einer, der aus dem Genre einfach nicht wegzudenken ist. Und er spielt hier den Bottke, das ist der Vermieter dieses Nonnenvereins. Und ja, er verkauft eben diese brisanten Fotos aus dem Bordellbetrieb und mischt deswegen so in diesem ganzen Konstrukt auch so ein wenig mit, kann man sagen. Und er ist es nämlich auch, der die Trompeten immer so zumindest eine Zeit lang schützt. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, wo er sich nochmal radikal für was anderes entscheidet. Und wir haben ja Werner Peters sehr gelobt, auch als wir die Tausend Augen des Dr. Mabuse besprochen haben mit seiner Rolle da. Da ist er ja so eine Vertreter-Type, die immer so einen lustigen Spruch auf den Lippen hat. Und hier hat er auch so ein Gimmick, so ein Scherzartikel, mit dem er irgendwie dem Inspektor auch mal so auf den Keks geht. Irgendwie so eine kleine Tröte. Irgendwie das fand ich so ein ganz skurriles Element irgendwie, was ihm ja dann auch nochmal zum Verhängnis wird, weil es nämlich auf eine Tat von ihm hindeutet oder er das irgendwie an dem Tatort einfach verloren hat. Ja, nun haben wir ja auch an den Figuren wieder schon einiges, was in dem Film passiert, besprochen. Wollen wir vielleicht nochmal ein bisschen ein paar Sachen rausgreifen von vorne nach hinten. Also Prä-Titel-Sequenz, da waren wir ja eben auch schon mal kurz. Diese Konfrontation zwischen dem Perak Junior und diesem Bonzen, der da von Hans Schellbach im Übrigen, den haben wir jetzt nicht erwähnt, bespielt wird. Da gibt es so einen Streit um einen Parkplatz. Also da zwischen diesen beiden Figuren kocht dann der Generationenkonflikt so richtig hoch. Da sagt ja dieser Sohn, der ihm da noch den Parkplatz schnell wegschnappt, sowas kann man nur mit einem kleinen Wagen machen. Und wenn Rott ein bisschen so, wie es in der Realität vielleicht nicht ganz so einfach ginge, trotz Mercedes, die wird dann so zusammengequetscht. Und dann sagt er, ja und sowas kann man nur machen, wenn man einen großen Wagen hat und alt und reich ist. Also ja, es ist schon eine sehr überspitzte Szene. Der Bonze will dann die Peraks da ausbezahlen und der Perak sagt aber nee, Yoshi, komm, zerreiß den Scheck und dann eben tritt ihm in den Arsch. Ich erlaube es dir. Soll wohl in Kürze vielleicht diese Figur Perak auch einfach etablieren. Wie geht sie so mit Konfliktsituationen um? Wie gewöhnlich oder ungewöhnlich agiert die da auch? Ja, also irgendwie eine Szene, in der viel passiert, aber sie ist auch schon sehr, sehr überspitzt. Und mit dem Fahrer, den ich hier immer als Bonzen bezeichne, gibt es ja dann auch noch mal ein Wiedersehen. Als nächstes ist man aber erst mal bei diesem Leichenfund, der ja für die Ermittlungsarbeit dann der Ausgangspunkt ist. Also ein Landstreicher findet dann eben eine Leiche. Und dann sind wir so mit der Polizei vor Ort, die das untersucht und dann gibt es irgendwie noch mal so eine Szene Privatleben Perak, wo man eben so ein bisschen in die Wohnung mal reinschauen kann. Und dann gibt es so die ersten Milieuszenen. Genau. Und da fällt schnell auf so ein bisschen die Entstehungszeit wieder, weil man dann merkt, dass Alfred Forer hier dann so die Grenzen des inzwischen Zeigbaren auch so sehr genüsslich auskostet. Denn wenn man da neben den Perak mal den Film Der Bucklige von Soho zum Beispiel legt, von 66, also drei bis vier Jahre vorher, der fällt ja so in der Rückbetrachtung so sehr auf, weil es da so sehr viele so verschämte Andeutungen irgendwie so gab. Da dachte man irgendwie, der Film will eigentlich ganz viel, aber er darf irgendwie noch nicht so richtig viel. Und das bringt aus heutiger Sicht immer so ein bisschen sehr seltsam. Und hier merkt man dann, sind die Fesseln so ein bisschen gelöst. Und ja, von politischer Korrektheit eben auch überhaupt gar keine Spur. Also da gibt es dann ja auch so eine kuriose Toilettenszene, wo dann Perak mit so einem Transvestiten dann im Männerklo nebeneinander steht und die beiden dann da wirklich so nebeneinander pinkeln. Oder dann auch so ein bisschen, ja, schwieriges, was ist eine schwierige Szene, aber Szene, wo ich immer so ein bisschen zwiegespalten bin mit diesem schwarzen Handlanger, der dann auch diesen Rollennamen Bimbo trägt. Und gleich in der ersten Szene wird ihm dann ja auch so relativ unwürdig von dieser Herbert-Sischka-Figur Kaminski dann so Farbe über den Kopf geschüttet. Ja, da bin ich mal ein bisschen zwiegespalten. Ja. Ist harter Tobak. Man muss vielleicht dazu sagen, dass hier Regie und Autor eben ja nicht einfach so den Rollnamen gegeben haben und dann wird das nicht weiter kommentiert, sondern im Film bekommt er ja den Namen quasi von dem Antagonisten verliehen, auch unter Protest. Und als er dann mit diesen Farben übergossen wird, sind das ja ausgerechnet drei verschiedene Farben schwarz-rot und gelb. Also es hat dieses bundesdeutsche schwarz-rot-gold dann in der Gesamtoptik. Und also das, finde ich, weist so ein bisschen darauf hin, dass Forer das auch sehr bewusst gemacht hat und sich da jetzt auch dem reinen Palp so ein bisschen entziehen wollte und da so ein Touch-Gesellschaftskritik vielleicht auch mitschwingt in diesem Unterhaltungsfilm. Ja, das kann man sicherlich so sehen. Und man muss ja auch sagen, was mich da noch ein bisschen so persönlich stimmt an der Stelle, ist, dass er sich ja dann am Ende ja nochmal so rächen darf, ne? Dann für das Unheim, was ihm dann so angetan wird. Und das kaschiert das Ganze ja dann auch nochmal so ein wenig. Ja. Und wie du sagst, also Forer nimmt sich da gerne die Zeit, auch ordentlich die Travestie-Show abzufilmen. Ich glaube, das läuft anderthalb Minuten. Und hat er eben schon mal gesagt und ich habe es auch ein bisschen recherchiert. Also es waren tatsächlich bekannte Travestie-Stars. Also Pinky wird gespielt von Angie Stardust. Das ist eine transsexuelle afroamerikanische Entertainerin, die schon wohl so auch zur internationalen Travestie-Prominenz zählte. Ich finde das ganz interessant. Also hier am Spielbudenplatz in Hamburg gibt es noch einen Nachtclub, der Angie's heißt. Und der geht wohl auf sie zurück. Und eine andere ist Ramonita Vargas. Die spielt cozy. Und die ist auch schon zu sehen in Polizeirevier Davidswache. Ja. Und dann kommt es ja auch irgendwann dazu, dass dieser Nonnenverein helfende Hände in die Handlung sozusagen integriert wird. Der Verein, der eben von der Judy Winterfigur Trompeten-Emma geführt wird. Und ja, wenn man dazu gehört, Nonnenverein helfende Hände als Deckmantel für ein Bordellbetrieb, da habe ich auch so direkt gedacht, Assoziationen ja. Also Spät-Wallace lässt schön grüßen. Das hätte man sich auch wunderbar in so einem Wallace ab 7, 68 wie vorstellen können. Ja. Ja. Und das ist natürlich wunderbar plakativ einfach, das als Nonnenverein getarnte Bordell. Und da geht es ja auch sehr spicy zu. Also der Perak macht ja dann mal so verschiedene Türen auf. Und hinter der ersten Tür verbirgt sich dann so eine psychedelische Sexparty. Im zweiten Zimmer sitzt irgendwie so ganz skurril so ein nacktes Paar auf einem Schaukelpferd. Und dann gibt es auch noch das SM-Zimmer, wo Perak da nur kommentiert, Verzeihung, ich wollte die Andacht nicht stören. Und ja, da kann man sich natürlich denken, dass der Alfred Forer da auch einfach einen Spaß hatte, sich dann da dem zu widmen, was er da irgendwie hinter diesen Türen dann da einmal so auflaufen lassen kann. Und es gibt ja noch ein Zimmer, nämlich ein Spiegelzimmer. Und das ist tatsächlich auch als Handlungsort dann nochmal sehr relevant in der Folge. Genau, mit so Spiegelzimmern, da hat sich der oder Spiegelzimmer wurde ja im Film immer mal wieder eingesetzt. Wir hatten es ja auch schon bei der Todeskralle, Bruce Lee, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, wie das auch im Genre-Film, ob es jetzt bei Orson Wells in die Lady von Shanghai schon war oder eben dann bei der Todeskralle. Es wurde immer mal wieder gerne eingesetzt und auch hier in etwas anderer Form gerne auch mal als Schauplatz für einen schönen schaurigen Mord, kann man sagen. Genau, da gibt es den schaurigen Mord. Dann gibt es nochmal ganz viel Action natürlich rund um das Hamburger Hafengebiet, Verfolgungsjagden und dergleichen. Übrigens auch einen kleinen Cameo-Auftritt von Alfred Forer. Den hat man ja oft in den Edgar-Wallace-Filmen, gehört. Hier sieht man ihn auch mal. Der kommandiert da irgendwie so einen Ladekran am Hafen. Kommt so eine Fracht an, ausgerechnet aus London. Also vielleicht auch so eine kleine Referenz an die Handlungsorte der zurückliegenden Jahre. Und dann gibt es ein Finale im Stadion, im schneebedeckten Stadion. Und ich glaube, wir haben Perak auch bei dem Film erwähnt, wo wir damals gesagt hatten, da klingelt was und da müssen wir jetzt die Referenz einmal rückwärts machen. Genau, jetzt müssen wir mal rückwärts drehen. Wir haben vor einigen Monaten über Dirty Harry gesprochen und da gibt es ja auch so eine ganz zentrale Szene, wo Dirty Harry auf den Mörder Scorpio trifft in einem Football-Stadion, wo es dann zu einer Auseinandersetzung kommt. Und da hattest du damals schon so ein bisschen als Preview gesagt, es war ja auch bald mal über einen deutschen Genre-Film sprechen möchten, der ebenfalls eine sehr schöne und zentrale Szene in einem Stadion hat. Und das ist eben Perak gewesen. Und ja, du hast ja eben auch schon erwähnt, die Wetterlage damals mit dem großen und vielen Schnee. Und das gibt dem Film ja, finde ich, auch nochmal so eine ganz besondere atmosphärische Note. Diese schneebedeckte und das Licht, was dann reinfällt. Und das ist wirklich auch nochmal sehr schön und spektakulär. Gibt nochmal einen schönen Schauwert. Und ja, dann diese Theta-Auflösung, da habe ich mich dann so selber wieder erwischt, wo ich dachte, ach ja, das ist ja irgendwie dann, weil da passiert ja irgendwie auch so viel. Du hast so viele Figuren und auch wirklich viel Action. Und dann mich so ein bisschen erwischt, als es dann Richtung Auflösung kam. So, ach ja, ist ja irgendwie auch noch ein Houdanit und hier musste ja irgendwie auch noch ein Mord geklärt werden. Dass die Identität für den Zuschauer ja noch unklar war. Das geht dann gefühlt so ein bisschen unter bei diesen ganzen... Weil sich auch alle gegenseitig erpressen. Ja, und gegenseitig verkloppen und hast du nicht gesehen. Und ich muss auch sagen, ich habe den Film jetzt, ja, bestimmt schon zum dritten Mal gesehen. Normalerweise habe ich ein ganz gutes Gedächtnis. Aber es ist mir diesmal auch wieder wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ich wusste es wirklich gar nicht mehr, wer jetzt hier der Täter war. Und ich musste, muss auch sagen, es kam für mich dann auch wieder erneut, überraschend irgendwie, aber auch wieder aufgrund des Hintergrunds, so viele Figuren, es passiert so viel, man denkt irgendwie gar nicht groß über diese Frage nach, wenn man den Film schaut. Das ist, glaube ich, einfach das Thema. Es gibt so viele Konfliktherde und der Fokus auf dieses Thema, wer ist denn jetzt der Täter, das verschwimmt total. Ich habe da nur so ein bisschen gestutzt, als der Perak dann sich an die Täterin, das ist ja eine Täterin sogar, wendet und dann sagt, ja, es war ein fast perfekter Mord, aber dann hat ihm der Zufall einen Streich gespielt. Ist ja auch wieder so ein schöner Markinger Satz, den wahrscheinlich auch Columbo irgendwie zigmal den Täter dann am Ende irgendwie nochmal reingewirkt hat. Aber da war mir jetzt so der Hintergrund nicht ganz klar, was da der Zusammenhang ist oder worauf er da so anspielt. Ja, wir können es ja gerade versuchen nochmal aufzudröseln unter kurzer Spoiler-Warnung für die nächsten 30, 40, 50 Sekunden. Also es ist ja so, dass diese Jochen Busse-Figur beauftragte ja den Toni, der ja erst der Ermordete ganz am Anfang ist, mit der Erpressung dieses Bonzen. Und diese Busse-Figur hatte aber dann auch eine Affäre mit der Frau des Erpressten, also mit der Bonzen-Frau. Das ist ja Erika Ploua, ne? Genau. Toni wiederum erpresste dann auch dieses Paar, also die beiden, um diese Affäre nicht auffliegen zu lassen und bekam dafür wiederum noch Schmuck als Schweigegeld. Und ich vermute mal, dass der Perak sich mit diesem Satz fast perfekter Mord auf diesen Schmuck bezieht, denn den hat er dann ja noch aufgetan und dadurch wird ihm diese Verbindung irgendwie nochmal klar. Aber wie du sagst, es ist alles sehr durcheinander, weil da wirklich sich alle gegenseitig erpressen und der eine noch den anderen zur Erpressung beauftragt. Also Hauptantagonist ist für mich eigentlich der Kaminski, weil der, finde ich, ordentlich Screentime hat und ja da auch so ein Fiesling ist. Der ist aber letztlich dann nur ein Trittbrettfahrer, ne? Und der Wuttke, also die Peters-Figur, ja auch ein Mörder, aber auch nicht der Mörder des ausschlaggebenden Mordes am Anfang. Also insofern, das kann man dem Film vielleicht ein bisschen ankreiden auch, dass das alles schon sehr haarsträubend konstruiert ist. Ich finde, das merkt man auch zum Beispiel an den Aspekten, dass ja dieser Bronze, also dieser Industrielle, der taucht ja eigentlich am Anfang des Films eben schon auf. Das ist ja derjenige, mit dem sich Yoshi auch am Anfang gegen dieses Parkplatzes anlegt. Und das ist ja ein totaler Zufall, dass der jetzt auch noch in diesem Fall, also ist ja total unwahrscheinlich, dass ausgerechnet der in diesem Fall verwickelt ist. Oder mir ist auch aufgefallen, Yoshi versucht doch dann irgendwie seinen Enten-Auto-Wrack da noch loszuwerden. Das macht er natürlich ausgerechnet bei Kaminski, ne? Der ihn dann später entführt. Also das ist alles schon so ein bisschen konstruiert, ja. Aber es macht halt unfassbar Spaß, ne? Aber zum Fazit wollen wir ja gleich kommen. Schließen wir vielleicht nochmal ein paar Aspekte ab. Ich hatte mir hier noch notiert, es gibt einen Schluss-Gag, den man heute vielleicht gar nicht mehr so versteht oder wahrnimmt. Also ich meine jetzt nicht diesen Schluss-Gag Vater-Sohn, sondern da taucht noch kurz vorher so ein Telegram-Bote auf. Das ist Walter Sparbier. Den kannte man damals als sogenannten Glückspostboten aus dem Fernsehen. Der war nämlich regelmäßig in großen Unterhaltungsshows zu Gast, also zum Beispiel beim großen Preis und war dadurch einem sehr großen Publikum bekannt. Und das war dann sozusagen ein Gag, dass der da auch nochmal auftauchte. Heute kennt man den nicht mehr so. Und ja, dann gibt es eben auch nochmal diesen Gag, dass Joschi da irgendwie eine Hauswirtschafterin für den Perake nochmal bestellt hat. Und dann kündigt er irgendwie noch seine Heirat an. Und das ist ja also in der Tat so ein bisschen das persönliche Ende für den Spießbürger. Ende gut, alles gut. Genau. Genau. Und ja, was auch ganz gut ist, wie ich finde, ist die Musik. Absolut. Das kann man nicht anders sagen. Und das ist ja auch vielleicht auch nochmal ganz interessant, weil wir den Komponisten ja auch noch nicht hatten. Sonst Peter Thomas, Martin Böttcher haben wir schon hinlänglich drüber gesprochen, aber über den Rolf Kühn noch nicht. Und das ist ja auch wieder eine interessante Verbindung, ist mir jetzt auch erst aufgefallen. Der war tatsächlich auch mit Julie Winter verheiratet, die ja hier auch mitspielt. Und ja, weil zur Musik, also ja, ich finde das Titelthema ist irgendwie extrem eingängig und mitreißend. Könnte ich jetzt auch gar nicht so richtig sagen, wie wenn das mit irgendwas vergleichbar wäre, so aus dem Genre. Also es ist auf jeden Fall, bleibt total hängen und ist nochmal so ein totaler Pluspunkt für mich auch. Ich habe eine Vermutung, ich habe es nicht mehr nachgeprüft. Wenn es nicht stimmt, man möge mir das verzeihen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das hier auch so eine Library Music war, die man verwendet hat. Also dass der Rolf Kühn das nicht für den Film geschrieben hat, sondern dass diese Musik schon existierte und man die dann lizenziert hat. Weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall scheint diese Musik ja auch verfügbar gewesen zu sein, zum Beispiel für den Brian Edgar Wallace Film Todesrächer von Soho. Da hat man sich nämlich nochmal bedient. Also auch da hört man das wieder als Titelmusik hier, diesen Score von Rolf Kühn. So oder so, wer den Soundtrack, den so Eingängigen nochmal hören will, auf dem Plattenspieler zu Hause kann das tun, denn der Soundtrack ist erschienen auf LP. Ja, mit so einem Perak-Artwork. Also hat man auch nochmal ein schönes Perak-Sammlerstück, wer sich dafür interessiert. Ja, sicherlich nochmal ein guter Tipp für die Leute, die einen Plattenspieler zu Hause haben. Ja, dann kommen wir mal zum Fazit. Ich denke, vieles ist auch angeklungen. Also meines Achtens ist das ein, ja, im wortwörtlichen Sinne ein handfester Krimi, ja, und auch absoluten Kind seiner Zeit, ne. Es ist ja einfach eine interessante Mixtur aus so diversen Subgenres, wie ich ja auch schon erwähnt hatte, ne. St. Pauli-Krimi, Spätwollis, kleiner Vorgriff auf frühe Derek-Phase. Ja, Vorwerk kostet eben genüsslich das aus, was er so zeigen durfte. Ich finde persönlich, ja, schießt er da ein bisschen übers Ziel hinaus oder denen sind teilweise zu sehr. Also mir sind diese Szenen teilweise ein bisschen zu lang irgendwie, aber mag in der Zeit so gepasst haben. Ja, auch der Humor ist eben hier und da so ein bisschen aufgesetzt. Da zünden längst nicht alle Gags, aber summa summarum ist der Film einfach total unterhaltsam und eben aus den genannten Gründen, weil er eben so viele Subgenres mixt auf seine Art auch irgendwo so ein Unikat. Also ich könnte jetzt nicht sagen, also er setzt sich aus vielen Einzelelementen zusammen, wo man das ist ein bisschen Wallace, ein bisschen St. Pauli-Krimi, aber ich könnte jetzt keinen Film nennen, wo ich sage, der ist jetzt wirklich eins zu eins vergleichbar damit, abgesehen von eben jener genannten Derek-Episode, die ja da sehr anstößt. Aber so aus der Filmzeit, so um 1970 rum, ist es für mich schon so ein Unikat irgendwo. Ja, weil der auch nochmal einen ganz anderen Vibe hat als diese anderen Kiez-Filme, die es dann so gab. Und ja, anders als Wallace sowieso, also waren es da noch die Adligen, die sich dann mitunter auch als Gangster entpuppten. Dann sind es jetzt hier die deutschen Industriellen, die sich als perverse entpuppen und dadurch eben erpressbar werden. Und ja, rund um diese ganzen Gangster und Gangsterbräute irgendwie eine totale Spielfreude zu sehen. Ich finde, das macht den Film aus. Hubert Suschka super, Judy Winter haben wir eben schon gelobt. Ja, auch was jetzt Hamburg betrifft, so ein total schonungslos dreckiges Bild von Hamburg. Natürlich auch bedingt durch das Wetter, aber natürlich auch durch die Schauplätze hier wie Schrottplatz, Müllkippe. Also auch dadurch nochmal anders als diese etwas kitschigeren St. Pauli-Krimis. Und wir haben hier einfach deutlich mehr Slees drin, als das dann bei den TV-Krimis möglich war. Also hier kann man den Bogen eben nochmal etwas mehr überspannen. Man kann mehr zeigen, als es im Fernsehen möglich war. Gleichzeitig ist mehr möglich, als das noch vor ein paar Jahren im Kino war. Das wird hier eben nochmal ausgenutzt. Und das macht das, finde ich, zu so einem kleinen Duvel am Ende der Kriminalfilm-Ära im Kino. Und dadurch eben verständlicherweise auch so ein Geheimtipp und auch, glaube ich, so ein heimlicher Fan-Favorit unter Eingeweihten. Natürlich muss man sagen, und das muss man vielleicht ein bisschen relativieren, dann konstruierte Story, haben wir gesagt, ja, auf jeden Fall. Und insgesamt ist die Produktion jetzt auch nicht so edel in ihren Produktionsbedingungen, auch sicherlich durch das Budget, dass man ihn jetzt da so zu ganz großen Klassik erzählen kann. Aber wiederum ein Film, der absolut Spaß macht. Ja, das in jedem Fall. Und wer vielleicht den Film noch nicht kannt und sich trotzdem mal die Besprechung angehört hat und jetzt das Interesse geweckt wurde, der kann sich den grundsätzlich auch fürs Heimkino besorgen. Ist ja jetzt auch nicht so der Film, der jetzt ständig im Fernsehen ausgestrahlt wird. Er ist zweimal auf DVD entschieden im vergangenen Jahrzehnt, relativ dicht hintereinander. Einmal bei Pidax und dann bei Dynasty, Fernsehjuwelen und Intergroove. Und das Bild ist auch, also ich habe diese zweite Variante von Dynasty, Fernsehjuwelen und Intergroove. Bild ist jetzt okay. Gibt jetzt keine nennenswerten Extras. Leider beide Varianten, wenn ich das richtig gesehen habe, auch out of print. Also da muss man so ein bisschen gucken und vielleicht mal noch mal auf eine günstige Gelegenheit warten, dass da doch nochmal eins zum bezahlbaren Preis verkauft wird. Ansonsten kann man sagen, wäre es vielleicht nochmal Zeit für ein Blu-ray-Update, soweit da irgendwie noch eine Vorlage vorhanden, dass die das Ganze hergibt. Ja, ich glaube ein paar Hardboxen irgendwie kursieren irgendwie auch noch. Das sind aber glaube ich Repacks. Also auf den Scheiben ist dann auch nichts anderes. Also ja, wäre schön, wenn das Ding irgendwie auch auf Blu-ray mal erscheint. Ja. Gut, ja, soviel zu Perak und dann kommen wir doch mal jetzt zu dem angekündigten, etwas ausführlicheren Nachklapp nochmal zu Derek. Wir haben es hier und da schon erwähnt, die unfassbar erfolgreiche Serie mit Horst Tappert. 281 Folgen, haben wir glaube ich noch nicht gesagt, gab es in der Phase zwischen eben 74 und 98. Die Serie hatte teilweise über 30 Millionen Fernsehzuschauer heute undenkbar, allenfalls noch bei einem WM-Finale mit deutscher Beteiligung machbar in heutigen Zeiten. Und selbst am Ende hatte man noch rund 10 Millionen im Schnitt. Und was das ja wirklich auch besonders macht, und auch das kann man sich eigentlich nicht mehr wirklich vorstellen, dass das so ein unfassbarer Exportschlager war. Man liest es immer wieder, auch viel zitiert. Man hat die Serien wirklich in über 100 Länder verkauft. Also wirklich kaum zu glauben. Und es gab auch Fanclubs international, vor allem auch in den Niederlanden. Und ein Funfact, über den ich jetzt noch gestoßen bin, das fand ich wirklich auch sehr amüsant, hat sogar dazu geführt, dass Derek dann auch als Vorname verwendet wurde. Ganz aktuell noch der Fußballer Derek Köln von Werder Bremen, der ist nach ihm benannt worden, weil die Eltern so gerne Derek gesehen haben. Und er ist erst 25, also da wurde der Name sogar noch als Vorname gewählt, als die Serie schon abgesetzt war. Also noch nicht mal zur Hochphase. Fand ich irgendwie ganz amüsant. Und ja, es gab natürlich auch diverse Publikationen über dieses Phänomen. Und auch da fällt irgendwie so ein Name ins Auge. Umberto Eco ist ja jetzt auch schriftstellerisch international kein unbeschriebenes Blatt. Und der hat sich auch Derek mal zugewandt und ein Buch geschrieben. Derek oder die Leidenschaft für das Mittelmaß, wo man so ein bisschen auch aufgeschlüsselt hat, warum seines Erachtens Derek so erfolgreich ist. Und ja, was war inhaltlich so ein bisschen das Besondere? Man hat am Anfang Geschichten so im Columbo-Stil erzählt. Das heißt, man hat quasi dem Zuschauer von Anfang an gezeigt, wer ist der Täter. Das war damals auch im deutschen Krimi gar nicht so selten. Also auch die Haferkamp-Tatorte, die ja damals auch sehr erfolgreich waren mit Hans-Jörg Fellmy, die haben damals auch oft nach diesem Prinzip funktioniert. Und bei Derek hat man es auch versucht, kam wohl nicht so gut an. Deswegen ist man dann relativ schnell wieder so zum klassischen Houdanit-Schema übergegangen, was man jetzt aus der Reinecker-Schmiede jetzt vom Kommissar ja auch so kannte. Aber nochmal kurz vielleicht zu Columbo. Eine weitere Parallele ist ja, dass er, also Derek eben so wie Columbo, also bei Columbo ist er wirklich ausschließlich gewesen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Bei Derek war es fast ausschließlich, möchte ich mal sagen. Jedenfalls zu dem Klischee, dem Stereotyp nach, hat er ja auch gerne so in der Oberschicht ermittelt. Ja, und ich kann ja schon mal vielleicht vorweg nehmen, weil du jetzt auch so diesen Stil der ersten Derek-Folgen angesprochen hast. Mir gefallen die eigentlich am besten. Also diese frühen Folgen sind meiner Ansicht nach gleich zu Beginn tolle Highlights dabei. Und die sind eben auch filmisch oft noch sehr interessant. Also da gibt es so verspielte Kameraauflösungen. Das ging, finde ich, später so vollkommen verloren. Und ich konnte mit den späteren Dereks dann eher weniger anfangen und finde das auch so ein bisschen schade, dass man natürlich, wenn man dann heute irgendwie mal einen Artikel liest, wo so der Derek-Stil beschrieben wird, rückblickend, dann meint das natürlich vor allem auch so Derek der 80er, 90er Jahre. Und oft findet man dann in Besprechungen nicht mehr so den Detailblick dafür, wie ist das auch mal am Anfang gewesen. Aber klar, beim Publikum, das muss man auch sagen, kam es erst mal nicht an. Also Derek wurde erst mal in Grund und Boden geschrieben und der Erfolg kam dann erst nach und nach. Ja, also ich würde auch sagen, das ist so grob gesagt, so die ersten 30 Folgen, das waren auch schon so die ersten, nachdem man es umgestellt hat. Aber so die Frühphase, die sind im Schnitt absolut am atmosphärisch dichtesten. Und eben, weil man da auch noch diese Folgen drin hat, die so in diesem Columbus-Stil sind, sind sie dann auch von der Erzählstruktur noch nicht so ganz so homogen und so wiederholend und redundant. Und insgesamt würde ich sagen, ich habe jetzt auch nicht alle 281 Folgen gesehen, muss ich zu meiner Schande gestehen, aber so doch so knapp die Hälfte, dass die Qualität so in der Tendenz zunehmend abnimmt und man trotzdem auch nach den Anfangsjahren immer mal so ein Highlight findet. Aber die Dichte der Highlights, die nimmt auf jeden Fall aus meiner Sicht auch spürbar ab. Ja, was muss man auf jeden Fall noch zu Derek sagen, wenn man da kurz zum Beispiel spricht, dass natürlich Herbert Reinicker, über den wir schon im Tod im Roten Jaguar in unserer Jerry Cotton-Besprechung auch mal gesprochen haben, dass der sämtliche Drehbücher geschrieben hat. Ist jetzt auch kein neuer Fakt, aber immer wieder erstaunlich, dass dann ein Mann wirklich da annähernd 300 Drehbücher über Jahrzehnte für eine Serie geschrieben hat. Und klar, weil dem eben so ist, muss einen jetzt auch nicht wundern, dass sich dann Themen wiederholten. Vielleicht so zwei Schlagwörter, wo jeder Derek-Zuschauer direkt wahrscheinlich Assoziationen hat. Ich sag nur Studenten und Drogen und Selbstjustiz. Also das sind so Themen, die wurden da irgendwie rauf und runter gespielt. Nicht nur bei Derek, sondern auch in den anderen Reinecker-Krimis. Und was ja auch so ein Kuriosum ist, scheinbar ja auch dann von Reinecker, diese mitunter total seltsam anmutenden Folgentitel. Da kann man auch fast schon so Rubriken bilden. Einerseits so Aussprüche wie, stellen Sie sich vor, man hat Dr. Prestl erschossen. Oder entlassen Sie diesen Mann nicht. Oder auch dann so Wertungen. Eine unheimlich starke Persönlichkeit. Ein unbegreiflicher Typ. Da läuft eine Riesensache. Also so wird man, glaube ich, heute auch keine Krimis mehr bezeichnen. Das ist teilweise ganz eigentümlich. Und dann hat man natürlich dazu noch diese zunehmend sehr gestellten, gekünstelten Dialoge und auch so Ausflüge in die Hobby-Philosophie. Also gerade auch in diesen späteren, ab 80er, 90er, da hat man teilweise Szenen, wo man denkt, das redet doch kein Mensch wirklich. Also ganz absurde Künstlichkeit. Und das ist natürlich dann wiederum auch eine Steilvorlage für Parodien gewesen. Sei es jetzt Schmidt einander, RTL, Samstagnacht. Das wurde alles genüsslich aufgenommen. Ja, und vielleicht noch mal kurz den Regisseur. Wir haben gesagt, Alfred Forer war sehr aktiv, aber auch zum Beispiel der andere Edgar Wallace-Regisseur Helmut Eschle, über den wir auch schon gesprochen haben, der jetzt sogar 46 Folgen macht. Ich glaube, der König ist bei Theodor Gretler mit etwas mehr als 50 Episoden. Ja, das ist ja auch so ein Thema, was bei mir noch so einen Reiz ausübt für Derek, dass man wirklich so gerade in der Anfang der Zeit wirklich so noch das Who is Who auch so der Kino-Szene irgendwie hatte der vorherigen Jahre. Also ob es jetzt Kurt Jürgens war, Maria Schell, ein Horst Buchholz oder auch dann Klaus-Maria Brandauer, der danach noch eine große internationale Karriere gemacht hat. Also das ist wirklich eine sehr hohe schauspielerische Qualität, die man dann eben auch so in der Mitte der 80er, 90er eben nicht mehr hat. Da hat man dann eben da so 0815 Fernsehdarsteller oft und da sieht man dann eben doch einen deutlichen Unterschied, meines Erachtens. Dann, du hast es auch schon angedeutet, die Serie hat eine große Entwicklung gemacht. Also wenn man jetzt die erste Folge und die letzte nebeneinander legt, könnte man meinen, das sind zwei unterschiedliche Serien, aber auch die Figur des Derek hat eine Entwicklung durchgemacht, eine nicht unwesentliche. Also am Anfang hat man wirklich noch so diesen agilen Hau-Draub-Polizisten, wo man wirklich so denkt, okay, Perkins oder Perak, bist du's? So ungefähr. Und dann im Laufe der Zeit wurde es dann eben so dieser, ja, im wahrsten Sinne des Wortes vor sich hin tappernde Amtswalter. Und das ist auch wieder der Punkt, was du ja auch gerade sagtest, den dann auch jene Autoren so vor Augen haben, wenn die so ihr Rückblick über Derek schreiben, so nach dem Motto, das war der mit den tiefen Tränensäcken und der immer nur einen Gesichtsausdruck hatte, so ungefähr. Aber gerade am Anfang war es eben doch deutlich anders. Ja, da findet man noch die Parallelen zu Perak. Also klar, das ist natürlich auch von Anfang an nicht so actionbetont. Also Derek ist gleich zu Beginn konzipiert worden als eine Figur, die eher selten zur Waffe greift. Die haben auch in so zeitgenössischen Statements immer betont, dass so das Psychologische der Mittelpunkt sein soll. Also gar nicht mal so sehr, dass es jetzt wie bei Columbo ihnen besonders wichtig war, so wie schafft es Derek dem Täter eine Falle zu stellen? Klar, das war dann auch manchmal ein Element, aber vor allem auch so diese Frage, wie entsteht eigentlich ein Verbrechen? Was sind da die Hintergründe? Wie kommt es dazu? Wie wird jemand irgendwie in die Ecke getrieben? Und später war das aber so ein bisschen gefühlt bürokratisch geworden. Also ja, Amtswalter, ja, das passt gut. Interessanterweise muss man sagen, gerade so die Vora-Episoden sind gerne diejenigen, die dann doch etwas Action dabei haben, wo doch mal die Waffe gezogen wird. Aber mindestens auf die Tote-Vögel-Episode wolltest du ja, glaube ich, gleich auch noch zu sprechen kommen. Genau. Dann vielleicht einmal noch mal kurz die, schon mal eine erste kurze Brücke, dass wir jetzt das 50-jährige Jubiläum hatten. Und in dem Zuge, und das hast du ja im Grunde jetzt auch schon gesagt, da gab es eben auch mal wieder so diverse Presseartikel, wo sich diesem Phänomen eben dann eher kritisch bis spöttisch genähert wurde. Und das ist eben auch wieder so vor dem Hintergrund des Derek, ich sag mal, ab Mitte der 80er bis 90er, wo man dann eben so Sachen liest, wie ja, irgendwie schlecht gealtert und dass der Erfolg aus heutiger Sicht eigentlich schwer bis nicht mehr nachvollziehbar ist. Wie konnten da so viele Menschen das über so viele Jahre schauen, obwohl sich das irgendwie alles wiederholt hat und das alles so langatmig war. Und diese inhaltliche Kritik, die ist auch sicher berechtigt. Stichwort gestellte Dialoge. Aber, und das hast du ja eben auch schon gesagt, es wird eben so ein bisschen vergessen, dass es in den Frühphasen ja durchaus nochmal anders war. Da gab es ja Action-Anteile, ob es jetzt die tote Vögel singen nicht war. Hoffmanns Hüllenfahrt fällt mir jetzt ein, wo er da wirklich am Finale, das ist eine Folge mit Klaus Löwitsch, dem da am Ende auf die Motorhaube springt, wo man jetzt sagen würde, von den späteren Derek-Folgen undenkbar, dass Derek da noch so ein Dirty Harry da am Ende oder Einlage macht. Aber das gab es in den frühen Folgen eben durchaus. Ja, und du hattest es eingangs bei der Perak-Besprechung ja auch schon gesagt, diese Folge tote Vögel singen nicht. Man könnte meinen, es ist irgendwie so ein verkapptes Perak-Remake. Ich meine, wenn man es nicht besser wüsste und Reinecker jetzt auch noch bei Perak mitgemischt hätte, als Autor, dann würde man ja denken, er hat sich da irgendwie nochmal bedient. Oder so ein bisschen so diese Nummer Gorilla von Soho nochmal auf Basis tote Augen von London. Naja, also kurz nochmal, warum? Gleiches Milieu, Parallelen in der Handlung, auch wieder so ganz actionreiche Ermittlungen, fast schon untypisch für Derek. Und es gibt sogar wieder einen Leichenfund auf einem Schrottplatz. Ja, also die Parallelen sind wirklich frappierend. Ja, ganz, ganz erstaunlich. Und vielleicht noch an der Stelle nochmal so, was machte Derek eigentlich aus? Was macht Derek aus? Was steckt so hinter diesem Phänomen? Ist teilweise, denke ich, schon angeklungen. Gerade in den frühen Jahren hatte man einfach sehr versierte Regisseur und Gastdarsteller. Das ist dann nach und nach eben auch verschütt gegangen. Die Gastdarsteller sind alt geworden, sind verstorben. Einfach vor, er ist ja auch Mitte der 80er dann verstorben, war dann sozusagen in der Spätphase, stand er auch nicht mehr zur Verfügung. Und da muss man eben sagen, und das kommt auch immer wieder durch, dass Derek eben so eine sehr große Verlässlichkeit ausstrahlt. Und der wird dann ja auch mit der Zeit immer mehr zu so einem moralischen Übervater irgendwo. Ohne wirkliche menschliche Schwächen. Der ist so ein, ja, so ein Supermann in der Verkleidung eines besser gekleideten Polizisten. Also Tappert ist gewissermaßen vom Gentleman Gauner zum Gentleman Kommissar geworden. Also immer sehr fein, ja, ohne wirkliche Ecken und Kanten. Und ja, von dieser Serie geht dann eben mit der Zeit so eine, ja, Heimeligkeit aus, kann man schon sagen. Und das merkt man auch ganz deutlich, wenn man sich so Presseartikel anschaut, die so anlässlich des Endes der Serie so veröffentlicht wurden, wo sich eben auch nochmal genähert wurde. Mein Gott, ja, was haben wir uns da jetzt eigentlich 25 Jahre lang gut angeguckt, ne? Und da ist zum Beispiel der Spiegel, damals geschrieben, 97, und so wurde die zuverlässigste aller Serien im Laufe der Jahre zu einer Art Ur-Ort, so langweilig und so vertraut wie Großmutters Wohnzimmer, dass man aufsucht, nicht um etwas zu erleben, sondern um sich zu Hause zu finden. Oder die Berliner Morgenpost, auch ein ganz nettes Bild. Wenn das Fernsehen das Lagerfeuer des 20. Jahrhunderts ist, ist Stefan Derek der Indianer darin. Ja, und zu dieser Vertrautheit gehören ja auch letztlich so Gastdarsteller, die man wirklich als Wiederholungstäter bezeichnen kann. Also ich habe jetzt, das ist jetzt keine Rangliste, die jetzt die Wirklichkeit abbildet. Es gibt sicherlich auch noch andere Darsteller, die auch sehr, sehr oft waren. Aber ich habe einfach mal so geguckt, so ein paar Darsteller, die mir so spontan einfielen, wo ich dachte, mein Gott, die sind Derek durch und durch. Und da haben wir zum Beispiel ganz vorne Dirk Garnuba. Ich finde, das ist wirklich an der Spitze, der hat 22 Derek-Auftritte. Also wirklich Wahnsinn. Aber da gibt es natürlich auch noch so Leute wie Peter Fricke, Udo Fioff, Christiane Krüger, Christine Wodetsky, die auch mindestens sieben bis acht Mal dabei waren und eben auch mit dieser Art Krimis absolut in Verbindung stehen und dann eben auch so eine Vertrautheit den Zuschauern vermitteln. Also schon spannend auch, dass das so ein Phänomen wurde oder ja irgendwie auch immer noch ist, dass es also auch den Journalisten rückblickend schwerfällt, irgendwie einzuordnen. Und das nochmal interessanter, wenn man eben weiß, wie die Kritiken zu Beginn waren oder dass es eben zu Beginn gar nicht den Erfolg gab. Also da sind auch irre Sachen gelaufen. Du erinnerst dich an eine unserer ganz frühen Besprechungen, Vier Schlüssel, dieser Film von Jürgen Roland. Ich weiß jetzt aus dem Kopf gerade nicht, bin mir nicht mehr sicher mit dem Namen des Autoren, der da die Vorlage für diesen Stoff lieferte. Jedenfalls dieser Autor hat irgendwie in der Hör zu öffentlich dann irgendwie seine Nachbesserung, die er empfehlen würde, an der Derrick-Serie dargelegt. Und das ZDF hat auch irgendwann Nachbesserung versprochen und hat gesagt, ja, wir gehen da nochmal ran. Also das war eine riesige öffentliche Diskussion, weil das fand ja alles auf diesem berühmten ZDF-Krimisendeplatz. Ich glaube, es war für diesen Freitagskrimi geplant. Dann lief es irgendwie auch zwischenzeitlich am Anfang, glaube ich, mal auf einem anderen Platz. Aber grundsätzlich war das schon für diesen Freitagsflot geplant. Und aus heutiger Sicht auch undenkbar, dass sich dann dieser Erfolg dann doch noch einstellte und dass man dem auch die Zeit gab. Also das finde ich so aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich dem auch des Fernsehschaffenden interessant. Ich habe ja auch mal im non-fiktionalen Bereich Programm entwickelt. Und du hast ja in der heutigen Zeit, wenn was nicht bei der zweiten oder dritten Episode erfolgreich ist und auf die vorgeschriebenen Marktanteile kommt, dann ist das Format weg vom Fenster. Also dass du sagst, da sendest du mal eine Staffel durch und dann gucken wir mal, wird es bei der zweiten besser? Undenkbar. Aber vielleicht auch ein Hinweis, dass es an der einen oder anderen Stelle, wenn man von was überzeugt ist, gar nicht so schlecht ist, das zu tun, dass sich da noch so ein Welterfolg einstellen kann. Ja, absolut. Bemerkenswert. Und ja, wir hatten ja auch, glaube ich, schon gesagt, wir wollten nochmal am Ende so ein paar Folgen herausgreifen, die uns besonders gut in Erinnerung sind. Zweitig haben wir jetzt schon häufiger genannt. Da brauche ich nichts mehr Näheres zu sagen. Hoffmanns Höllenfahrt und Tote Vögel singen nicht. Gehören zu meinen Favoriten. Aber zu den weiteren, da bin ich jetzt auch kürzlich nochmal drüber gestolpert. Hätte ich sie jetzt gar nicht so gut in Erinnerung. Aber ja, das super Ding ist wirklich ein super Ding, muss ich sagen. Das ist die Folge 26 mit Gaststar Horst Buchholz. Und der spielt einen abgedrehten Ex-Lehrer und jetzigen Barbesitzer. Und das ist so ein Mix aus Mordgeschichte und Heiß-Thriller. Aber ja, total unterhaltsam kurzweilig und eben auch so ein bisschen atypisch konstruiert. Ist mir sehr positiv aufgefallen jetzt wieder. Und dann eine Folge, die so ein bisschen später entstanden ist. Tod im See, das war schon die 88. Folge mit Robert Atzorn und Christiane Krüger, ja, dieser Wiederholungstäterin sozusagen. Und das ist auch so eine sehr geschickte Mixtur aus so früheren Folgen, weil es so eine Mischung ist aus Columbo-Stil und späteren Folgen. Denn das ist quasi so, als Zuschauer begleitet man den Mörder so ganz intensiv am Anfang. Und das ist auch der Tattag. Aber der eigentliche Mord wird gar nicht gezeigt. Sodass man so hundertprozentig gar nicht weiß, war er jetzt der Täter oder nicht. Aber es ist trotzdem dann so, dass Derek und Harry ihn dann ständig zu Hause so a la Columbo aufsuchen nach dem Motto, wir haben noch eine Frage, wir haben noch eine Frage. Also dass man eigentlich sich denkt, das kann eigentlich nur eher sein. Aber so richtig wird es dann erst am Ende aufgelöst. Und das finde ich so eine ganz interessante Konstruktion. Deswegen ist mir die Folge auch noch so sehr positiv in der Erinnerung. Ja, die nehme ich gerne für mich auch auf. Die Tipps, nämlich mein Derek Wissen wird dann von Folge zu Folge lückenhafter. Ich habe ja schon gesagt, meine persönlichen Highlights liegen eher am Anfang. Ich habe aber auch nicht so viel jetzt wirklich chronologisch durchgesehen. Aber so erste, zweite Staffel, da kenne ich mich ganz gut aus. Dann würde ich nochmal so als Anspieltipp mitgeben. Gleich die erste Folge Waldweg. Eine super unheimliche Folge. Geht heute auch noch durch Mark und Bein mit Wolfgang Kieling als mordendem Lehrer. Es ist ja kein Hudanit, deswegen kann ich es ja auch so klar sagen. Ganz toll inszeniert auch an unheimlichen Orten. Den kleinen Bahnhof habe ich übrigens besucht. Ich werde zu allen Dingen, zur ersten Derek-Folge, wo ich hier den Besuch gerade erwähne, Fotos auf unsere Kanäle packen, aber auch zum Studio Bendesdorf und zu einigen Perak-Schauplätzen. Also das verlinke ich unten in der Beschreibung. Dann kann man sich das auch nochmal anschauen. Dritte Folge Stiftungsfest. Siegfried Lovitz, den kennen wir doch auch aus Edgar Bolles zum Beispiel, aber natürlich auch als den Alten. Da ermittelt er immer beim Stiftungsfest. Da gibt es eine ganz, ganz dramatische Geschichte um seine Figur und es ist eine absolut beeindruckende Schauspielleistung, die er da an den Tag legt. Mir fallen kaum vergleichbare Rollen ein, wo er so unter Anspannung schauspielern muss. Also das kann ich absolut empfehlen. Ja und dann Madeira. Kurt Jürgens als diabolischer Heiratsschwindler, der alte alleinstehende Damen in seinem Waldhäuschen umbringt. Auch absolut beklemmend und absolute Sehempfehlung. Und etwas, was eher vielleicht auch durch die Fallkonstruktion sehr spannend ist, die Folge Neuen Paddenberg. Da ist Peter Passetti, ja, wie sich dann herausstellt, hat er so ein Doppelleben. Das ein paar Anspieltipps. Die ersten zehn bis zwanzig Folgen, da macht man eigentlich nichts falsch. Also kann man gut mal so durchbingen, wie man heute sagt. Ja und dann wollen wir vielleicht noch einen Elefanten im Raum nicht unter den Tisch fallen lassen, weil klar, wir haben jetzt hier über Horst Tappert Formate gesprochen. Nach Tapperts Tod wurde ja 2013 so eine NS-Vergangenheit bei ihm bekannt. Ein Soziologe entdeckte während Recherchenunterlagen und demnach war er zumindest ab 1942 Mitglied der SS-Division Totenkopf. Das ist bei den Nazis so ein Vorzeige- und Eliteverband. Tappert war 19 Jahre alt, bekleidete da den untersten Rang und er konnte natürlich 2013 dann also auch nicht mehr dazu befragen. Werden, da war er schon verstorben. Also zum Beispiel, ob er sich da freiwillig gemeldet hatte oder ob er irgendwie wohlmöglich genötigt wurde. In zeitgenössischen Interviews vor seinem Tod gab es wenig konkrete Angaben zu seinen Tätigkeiten während des Krieges. Da hat er angegeben, er wäre Sanitäter gewesen. Viel mehr weiß man nicht. So und als das eben 2013 rauskam, hat das ZDF dann erstmal gesagt, okay, wir sind überrascht und befremdet. Verständlicherweise, da wird etwas bekannt von einem langjährigen Star. Und dann hat man gesagt, Derek, Ausstrahlung, Wiederholung planen wir erstmal nicht. Zehn Jahre später, 2023, gab es dann nochmal ein Statement von ZDF. Ja, wir haben ja viele ehemals erfolgreiche Programme, die wir ebenso wie Derek nicht mehr wiederholen. Und da hat man gesagt, das hat doch mit den veränderten Sehgewohnheiten zu tun. Darüber würde ich gerne kurz sprechen. Denn also klar, dass man auf der einen Seite völlig verständlich erstmal hingeht und sich befremdet zeigt, wenn solch eine Entdeckung gemacht wird. Und man jetzt auch sagt, okay, ab jetzt ist klar, in Mainz müssen wir hier keine Horst-Tapperts-Statue uns vor den Sender stellen. Haken hinter. Aber diese Statements, wo man das erst im Zusammenhang mit dieser Entdeckung dann so argumentiert hat und dann zehn Jahre später spricht man irgendwie von Sehgewohnheiten. Währenddessen ja vom Kommissar und auch vom Alten durchaus Folgen auch in der ZDF-Mediathek zu finden sind, von Derek nicht. Die Folgen sind zwar auffindbar, gibt es auch auf DVD, aber da hat man eben nur die Lizenz vergeben. Ansonsten versteckt man das schon sehr. Und Fritz Wepper hat vor seinem Tod gesagt, ein Stück Fernsehgeschichte, das Millionen mögen zu verdammen, weil die Geschichte eines Darstellers Fragen aufwirft, halte ich für übertrieben und eine Bevormundung des Zuschauers. Und klar, es ist nicht irgendein Darsteller, es ist der Star des Formats. Aber in der Tendenz sehe ich das auch so. Und ich denke, eine Serie, die einen so großen Stellenwert in der Fernsehgeschichte hat und wo zusammengerechnet über diese hunderten Episoden wahrscheinlich tausende vor und hinter der Kamera beschäftigt waren, die so einfach in den Giftschrank in den Berüchtigten zu packen, das ist doch schon relativ enttäuschend. Genau, ich finde es im Endeffekt auch insgesamt einfach ein wenig souveränen Umgang, mit dem Thema umzugehen. Da gäbe es sicherlich ganz, ganz andere Möglichkeiten, das zu tun. Und was ich auch so ein bisschen seltsam finde, genau die von dir ja auch genannte Begründung, veränderte Sehgewohnheiten auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gab es ja dieses Nostalgieformat Wiedersehen macht Freude mit Oliver Welke und Bastian Pastewka auch Ende letzten Jahres. Und da hat ja Oliver Welke so zwischendurch dann doch gesagt, man zeige jetzt keine, da wurde über Derek gesprochen, aber dann hat er gesagt so, ja, wir zeigen jetzt auch ganz bewusst keine Ausschnitte, weil man das beim Sender ja nicht mehr möchte. Also da hat man es dann ja so zwischen den Zeilen dann doch eigentlich zugegeben, dass es diesen Hintergrund hat und das fand ich insofern besonders absurd, weil man kurz Minuten vorher längeren Einspieler gezeigt hat von einer völligen Vergessenheit geratenen Comedy-Serie oder eines Comedy-Formats, wo es auch nur um Horst Tappert ging. Also er war sozusagen minutenlang auf dem Bildschirm und stand da ja auch im Mittelpunkt, aber gleichzeitig will man dann von Derek ja keine Sekunde zeigen. Also es scheint so, dass man da wirklich mit diesem Aushängeschild wie ja nichts mehr zu tun hat und nichts zu tun haben will und da irgendwie gar nicht mehr in Verbindung gebracht werden möchte. Und das ist ja schon sehr eigenwilliger Umgang eben mit der eigenen Sendergeschichte ja auch. Ja und ich denke gerade auch beim ZDF hat man ja alle Möglichkeiten mit den redaktionellen Kompetenzen im Haus jetzt zu sagen, wir strahlen das vielleicht nochmal kommentiert aus. Also meint, da gibt es vielleicht über die Nacht mal zum Jubiläum Episoden und man begleitet das mit einer Doku, die einerseits von der Serie erzählt, aber auch kritische Töne anschlägt und dabei mal so das Thema NS-Vergangenheiten in der jungen BRD thematisiert. Ich meine, das ist ja ein hochspannendes Thema, was ja wollen wir jetzt nicht zu weit führen, aber kurz angemerkt, das betrifft ja auch den Autoren Herbert Reinecker, bei dem es jetzt nicht im Nachherein klar geworden ist, dass der ja auch in jungen Jahren beruflich Propaganda praktiziert hat, weil er da, glaube ich, leitende Positionen bei den Medien der Hitlerjugend hatte. Wir haben heute über den Produzenten Lugi Waldleitner gesprochen, wo später rauskam, er hat bei seiner Entnazifizierung gelogen, bei Günter Grass war es so, dass er 2006 eine Mitgliedschaft bei der Waffen-SS öffentlich gemacht hat. Also das ist ja ein Thema, aber das kann man dann eben auch behandeln, aber es ist dann so das Beste, das nicht aufzuarbeiten und das gewissermaßen ja dann selber unter den Tisch zu kehren und gar nicht mehr darüber zu sprechen. Naja, also bei uns gab es auf jeden Fall 50 Jahre Derek, ein Jubiläum, das war auch mit ein Anlass, das war Perak, besprochen haben und so haben wir dann auch über, ja, vielleicht die erfolgreichste deutsche Fernsehserie aller Zeiten, wenn man jetzt mal so Auslandsverkäufe auch mit betrachtet, beleuchtet. Also Derek ist ja sogar in Japan gelaufen, also wirklich ein absolutes Phänomen. Ja, und Japan ist das perfekte Stichwort für unsere nächste Folge, die wir schon mal ankündigen wollen. Na, Japan hat auch eine riesige Filmkultur, aber wir dachten, das ist vielleicht too much für den Anfang, jetzt gleich einen japanischen Film auszuwählen. Da gibt es ja auch gar nicht so viele, also man kann vieles entdecken, aber es gibt nicht so viele japanische Filme, die jetzt in Deutschland einer breiten Öffentlichkeit bekannt sind. Wir werden über japanische Filme sprechen im Zuge der nächsten Besprechung, aber wir haben uns sozusagen eine Einstiegsdroge gesucht, die das Thema Japan und Hollywood gut verbindet. Und ja, es geht um Yakuza, ein Film von 1974, vielleicht nicht jedem geläufig, aber wenn ich jetzt sage, von wem ist der Film und wer spielt mit, dann sind wahrscheinlich alle wieder mit dabei. Der Film ist von Sidney Pollack und ja, die Hauptrolle spielt Robert Mitchum. Ja, auch mal wieder so ein richtiger alter Houdegen, so aus dem alten Hollywood, hatten wir auch noch gar nicht so häufig, insofern freue ich mich schon drauf. Dann geht es das nächste Mal mit diesem Film weiter und bis dahin, ja, guckt noch die eine oder andere Derek-Folge, ein paar Empfehlungen haben wir euch gegeben. Wir freuen uns, euch bei Yakuza wieder zu begrüßen. Bis dahin. Macht's. Tschüss. Wir freuen uns, euch bei Yakuza wieder zu begrüßen.